Da müssen wir, glaube ich, hin, oder? Ich... Ich glaube, da. Ja. Dann gucken wir mal. Guck mal, jetzt fehlt mir, EXP zu bekommen dafür, dass ich das auch getan habe. Weiß ich nicht, fehlt mir irgendwie. EXP. Okay. Hm, gut, vielleicht ist es auch einfach nur ein Einkaufszentrum. Wenn ich hier das Menado bekomme, in einer Rückblende, als wir ein kleines Kind waren, wo Mama und Papa gestorben sind oder weg waren oder was auch immer. Ich dachte, ich habe es. Ich kann es nicht erinnern. Ich kann es nicht mehr. Sie sind alles gut? Was? Ich muss mich verletzen. Keine Angst. Das ist Osei Tower. Bist mit der High Enteer um sichern und zu beschützen, die Menado zu verletzen. Die Ceremonie von Seers wurde hier gemacht. Es ist auch dort, wo die Homs gefunden hat. der Monado. Wait, du meinst... So, das ist, wo der Monado wurde. Mein Vater hat es von hier genommen genommen. Hast du immer wieder versucht, die Zukunft zu sehen? Du sagst mir, du bist aus einer langen Linie von Seers. Hast du die Möglichkeit, von birth zu sein? Mal, ich auch in Kontakt mit der Monado. Die, die zu sein Seers sind, müssen die Monado touchieren. Und ein wenig gewählt wird unsere Macht. Das ist die Ceremonie meiner Familie. Und die Ceremonie war hier. Schulk, warum denkst du, dass wir das Zukunft sehen können? Ich habe wirklich nicht gedacht. Nachdem ich die Monado genommen habe, habe ich einfach gesehen. was für uns. Ihre Visionen sind der Flüge der Äther selbst. Äther ist die sehr früge der Welt unserer Welt. Wo und wie viel Äther existiert, jetzt und in der Zukunft, können sie sich predikten. Darum, in Prinzip, der Zukunft der Leben, wie wir uns, kann auch beobachten werden. Und es ist eine Sache, die mögliche ist, die Visualisierung von diesen Predictions. Du meinst du... das Monado? Das Monado kann die Äther disruptieren, indem du dich zu verlassen, was bedeutet, dass meine Visionen, unter dem gleichen Prinzip, sind da, um die Zukunft zu verlassen. Mit niemandem zu kontrollieren, die Zukunft wird niemals verändern. Aber was ist, wenn jemand die Zukunft zu verlassen? Was dann? Die Zukunft wird verändern. Ist das wie Zanzer will, um die Mechonis zu verlassen? Aber warum gehen Sie zu solchen lengths? Was passiert all die Jahre vor? Du denkst, dass es nur ein Myth war? Ich wusste nur, was ich sehen konnte. Mein Haus, meine Freunde, das Monado selbst. Ich wusste, dass diese Dinge real sind. Aber wenn du den Monado in deine Hand genommen hast, hast du die Möglichkeit gesehen, dass du das, was nicht zu sehen war. Du sagst, dass ich mich aufhören muss? Du bist eine Fluchtung. Wie eine Fluchtung, du existierst außerhalb der Ergebnisse von deinen Predictions. Das ist viel zu verstehen. Je größer wie diese Wart, je mehr kaffeebar, das Welt ist. Die Zeit kommt. In Wahrheit, Sie haben keine Wahl, aber zu akzeptieren. Guten Morgen. Wir sind gut. Ich kann nicht meine Gesichter oder Füße. Was denkst du? Rhein nicht sagen die Wahrheit. Rhein schnöre macht Rikki denken von Orluka. Ei, ich schnöre nicht. Die Schwertzwelle ist gerade bei der Körner. Ich vertraue dir nicht. Keine Ahnung, der wurde eingeblendet. Deswegen, alle die jetzt eingeblendet werden, vertraue ich nicht mehr. Also sollen wir das jetzt alles einfach so laufen lassen? Ich verstehe das nicht. Das ist was... Ich bin immer verwirrt. Ja, was auch immer. Ich weiß, wo ich hin soll. Sword Valley. Ey, nicht gleich nach Sword Valley gehen können? Müssen? Tun? Ich meine, jetzt haben wir gesehen, wo das Monado geklaut wurde von den Homs. Und das muss ja geklaut worden sein. Rein theoretisch, sie durften es... Ich glaube nicht, dass sie es haben durften tun. Hamsdorf tun. Ich gucke nur ganz kurz, was hier hinten ist, okay? Nur ganz kurz mal düschen. So wie das hier. Einen sauren Reddish. Endlich haben wir den. Ich glaube nicht, dass hier... Es gibt ja keine... Gab es versteckte Kisten? Gab es in den... Doch, bestimmt. Es gab garantiert in den Außenwelten versteckte Kisten. Ganz ehrlich, was cool wäre? Ein Lösungsbuch für dieses Spiel. Voll geil. Da hab ich voll Bock drauf. Das wäre... Das wäre... Das wäre mega cool. Ich mag ja Lösungsbücher. Ich weiß, es gibt Internet, aber Lösungsbuch ist halt einfach... Das ist halt einfach old school. Warum ich jetzt hier hochgegangen bin, eigentlich keine Ahnung. Aber vielleicht auch einfach nur wegen dem hier. Toll. Ein Kristallfroger. Und weil wir den töten wollen. Und weil wir den töten wollen. Nein, du musst die mitzuhören. Die ... Da ist auch Händefall. Ich weiß, dass es nicht mehr ist. Nö, sonst fehlen da ein und da und kacke. Manu, stimmt wieder so eine Nachtdinger. Ich glaube, in der Nacht gab es auch wieder andere und ja. Das überlebe ich. Vorsicht, Wand. Ich hoffe, wir kommen bald aus der Schneewelt raus. Ehrlich, ich habe keinen Bock auf Schnee. Die Welt hier ist kalt und doof. Kalt-doof-Welt. Aua. Okay, hier sind ein ganzer Haufen von diesen Kühen neue Ebene erreicht. Oh, ist das weitläufig. Ich brauche einen Pony. Ach, die sind neu. Ich glaube nicht, dass Dunban noch irgendetwas not ist. Noch ein. Aua. Macht aber nichts. Raging Squirrel? Wir sind vigtig. Wir machen eine große Team. Was ich da jetzt... Nee, ich muss da lang. Wo zieckst du mich lang? Weil ich auch wissen will, was das da hinten jetzt ist. Deswegen gucken wir jetzt erstmal nach da, was da hinten ist. Aber hier ist aber auch nichts in dieser Eiswüste. Boah, hast du grad so eingeschlagen? The weak spot? Weekend, oder was? Äh, mach mal einen Schläfern. Ich weiß, die war vollkommen doof, diese... ...Hit Hack, aber ist ja egal. Hier so viel Schaden haben wir vorher nie gemacht. Der Gemütlich-Modus macht das, glaube ich, ein bisschen gemütlicher alles. Das war ein ganz edler Riem. Ist das hier überhaupt irgendwas, oder? Ein Turm. Ah, Eis. Ich hasse das. Mio, mio. Das ist ein Teleportationspunkt. Also, falls wir irgendwann hier wieder uns hin und her teleportieren müssen. Das ist mir ein bisschen zu weit. Das Laufen ist halt auch wirklich... ...lang. Großer Gletscher. Ich hab' noch bestimmt ein neues Sammel-Item bekommen. Sehr, sehr, sehr. Immer noch nicht. Mann. Ich dachte hier irgendwie Obst, Gemüse, seltsam. Das Mechon. Das Mechon. Das ist sie. Hey! Das ist Fiora! Young heir to the Monado. Wir treffen uns wieder. Fiora! Fiora? Is that my name? Then you... You know this body? So it's true. You really don't remember us at all. Fiora, listen! If nothing else, you must remember your family. That's Dunban over there. Family. There is family. Wielder of the Monado. There is a matter I must speak to you about. Fiora! What was that? Metal face. Stay alert. You killed my father. Get him! Get away from her! Now, 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 let's all calm down. If I slip, I might mess up her hair. You. You're disgusting! Would you be so kind and hand over that dangerous toy you have? I could take it after I smash you all to a pulp. But we wouldn't want the hat, would we? All right. You can have it. But only if you let her go. There's a good boy. Always eager to please, Shulk. What's yours? How's it going? Dunban! Is that... Is that not the one who went away from the beginning of the movie? Munkar. I thought it might be. But... You're to blame for all this. I can't tell you how badly I wanted this sword. Has this puny boy even figured out how it works yet? What are you willing to do? Would you even kill a Homs to beat us? You dare ask that of us? Why did you betray us from Iconis? Why did you kill our friends at the colony? Why? You want to know? Because it's your home. You piece of... Stay where you are. That thing works by remote. So unless you want me to put a hole in her neck... So what's it to be, weaklings? Grovel at my feet and beg! We will not bow to you! Will you hit that guy in the face? You'll pay for that, princess! You're a traitor, Munkar. And you're not getting away. Is that thing not ferngesteuered? Entschuldigung, maybe I'm just too doof, but... I'll say it just. Not like me. Einschläfern. Wir machen aber auch gar keinen Schaden auf ihn. Oh, er liegt am Boden. Wir machen gar keinen Schaden auf ihn. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen können. Wir machen kaum... oder? Naja doch, ein bisschen Schaden machen wir doch. Ein bisschen Schaden machen wir doch. Ganz wenig. Er macht kaum Schaden. Oder zählt er jetzt als Mekon? Hätte ich, äh... MC Mekon mit rein mitnehmen müssen. Ich glaube nicht, er ist massiv über unserem Level. Ne, also... So ist es ja nicht. Ich meine, er ist massiv über unserem Level. Ich weiß halt nicht, ob er jetzt als... Nein, wie der steht halt auch ein. Er ist halt immun gegen Schlaf, ne? Ich weiß nicht, ob er... Was ist das? 902. Ich weiß nicht, ob er als Mechon zählt. Dass wir jetzt hier ewig kämpfen, weil der halt ein Mechon ist. Und das nicht intelligenter wäre, dann zu sterben. Weil, guckt euch mal an. Ich meine, er tötet uns scheinbar nicht. Aber wir ihn auch nicht. Aber ich hätte ihn jetzt nicht als Mechon eingeschätzt, weil er halt kein Mechon ist für mich. In dem Sinne. Er ist halt für mich kein Mechon und deswegen habe ich das jetzt nicht so... Aber ich glaube, wir müssen ihn so besiegen. Ich versuche es trotzdem immer wieder mit Einschläfern. Voll doof. Oh, mein Blas und sowas trifft aber auch alles nicht. Das dauert halt echt lange, ne? Das dauert halt sehr lange. Ich meine, da machen wir tausend Schaden, aber ich glaube, die machen halt... Ne, die machen halt einfach keinen Schaden. Ich glaube wirklich, weil der halt einfach als Mechon zählt. So ein Schmock. Gut, ja, der zählt halt ein... Okay. Machen wir denn da. Dann mache ich jetzt hier hauptsächlich einfach nur Angriffe und nichts anderes mehr. Ich gucke auf nichts mehr. Wenn wir verlieren, dann muss ich wohl doch... ... ihn mit reinnehmen. Dann muss ich wohl doch Schuld mit reinnehmen. Aber wie gesagt... Ja, er trägt... Aber ich dachte, das wäre vielleicht eine Rüstung oder irgendwie sowas in der Art. Können wir wieder machen, dass er hinfällt. Aber die machen halt keinen Schaden. Dann müssen wir es halt sehr langsam und sehr müde machen. Können gleich. Aber wesentlich angenehmer so. So, wieder... ... niederschießen. Unboxen. Nochmal drauf. Naja, da war wenigstens noch Schaden drin mit dem Kopfschuss. Okay. Weil er, glaube ich, am Boden lag und wir diesen Kopfschuss-Ding machen. Glaube ich, äh... Aber der ist, der ist drei Level über uns, ne? Also, den hätten wir hier... ... spätestens hier hätte ich, ehrlich gesagt, Feierabend. Bei dem. Ehrlich. Ich glaube, das ging nicht. 604, naja. Good job, everyone. I cannot thank you enough. Get off me! I cannot thank you. I cannot thank you. I cannot thank you. Gäbe's having in. You fought beside me. Ethelord Valley. Why did you change sides? Why the back-off? You're as blind as you were then. I've watched you dead for years. Was ist passiert? Es ist der Bionis-Movie. Ich wollte die Monado, damit ich den neuen Hero sein könnte. Ist das es? Das ist der Grund, dass du alle diese Menschen inocenten verletzt hast. Ravage unsere Haus. Ich liebe diesen Boden. Die Kraft! Ah! Duranze! Du wirst niemals gewinnen! Steig auf deine Knie und beobacht mich! Keinmal. Ich werde dich unterbrechen, und alles, was du bist, du wöchst wöchst. Der Monado wird dich verletzt, und dann wird du wissen, was du gemacht hast, was du gemacht hast, Traitor! Versteh dich, und komm! Das Licht! Was ist das? Es ist nicht... wie die anderen Mechon. Du bist richtig. Herr von Monado. Das ist der stärkste Mechon, der immer gebaut wurde. Kontrolliert von mir, Egil. Leider von Mechonis. Ein Agent von Mänen. Leider von Mechonis? Also bist du der, der Kontrolliert Mechon? Ich bin er. Wir kämpfen, um die Welt zu retten, von der Tyranie von Bionis. Warum? Warum schreien Sie die Maschinen? Was wollen wir von uns? Warum machen wir uns für dich? Ihre Fragen nicht interessieren mich. Ich muss zurück mit diesem. Fiora! 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 Wenn du sie möchtest, komm und geh her. Fiora! 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 Wir werden Sie mit der anfangen. Fiora! Fiora... Shulk. She's... Get it together, Shulk. We ain't got time to be hanging around here. I don't know what's happened to her, but that was Fiora. No doubt about it. You know what that means? She ain't dead. We gotta get her back. Get her back. Right. We've come too far to give up now. Then we'll go to Mekonis and find Fiora. Just beyond there lies Sword Valley. The Mekon flew in the direction of Galahad Fortress. Fiora may be there. Will you pursue, Shulk? Yes. We will get Fiora back. a place for you, Shulk. No, you're amazing. Not too far, Shulk.